Die Affenfalle Unstillbares Verlangen entfernt uns von unseren wahren Wünschen, von dem, was uns wirklich Erfüllung bringt. Es gaukelt uns etwas vor, es gängelt uns. Das Verlangen ist ein diktatorischer Herrscher. Es duldet keinen Widerspruch und wird niemals endgültig zufriedengestellt. Ein klassisches Bild, das die buddhistische Lehre gerne zur Illustration dieses Geisteszustandes nutzt, ist die Wirkungsweise der Affenfalle. Wilde Affen lieben Süßes. Man kann sie von Weitem mit einer Banane oder einem Stück Kokosnuss herbeilocken. Wer einen Affen fangen möchte, schlitzt eine Kokosnuss ein klein wenig auf, sodass gerade die flache Hand des Affen hineinschlüpfen kann. Als nächstes wird die Kokosnuss ausgehöhlt, wobei man ein Stückchen vom süßen Fruchtfleisch als Lockmittel darin lässt. Dann bindet man die Kokosnuss gut sichtbar fest. Kommt der Affe zum Naschen, steckt er seine kleine Hand in den Schlitz, ergreift die Süßigkeit und stellt fest, dass die geschlossene Faust nun nicht mehr durch die schmale Öffnung passt. Er sitzt fest, er zappelt und zetert, er ist gefangen in seiner Gier, denn wenn er auf das Stückchen Kokosnuss verzichten würde, könnte er seine Hand öffnen, sie herausziehen und davonstürmen. Doch das schafft er nicht. Der Mensch hat das Tier bei lebendigem Leibe gefangen, völlig unversehrt. Doch welcher Affenfänger kann auch erkennen, dass es ihm selbst nur allzu oft ganz ähnlich ergeht? Wie oft sitzen wir in der Falle, weil unser Begehren uns an etwas bindet, das wir unter keinen Umständen loslassen möchten? Unsere Lust an Sinnesempfindungen, unser Verlangen nach schönen, aufreizenden, interessanten Erlebnissen und nach angenehmen Gefühlen nimmt uns Tag für Tag in den Bann. Wir möchten immer mehr haben, können nie genug bekommen. Befriedigung gibt es nur für kurze Momente, die wie ein Wassertropfen auf der heißen Herdplatte zerstäuben. Kaum ist ein Bedürfnis erfüllt, schon regt sich in uns ein neues Begehren. Wenn ich das hätte, wenn ich erst einmal diese Position einnehme, wenn ich im Urlaub dahin fahren kann, wenn meine Kinder erst einmal in der Schule sind, wenn sich meine Wünsche ganz schnell erfüllen, dann bin ich glücklich. Im Buddhismus sprechen wir von dem Wenn-Dann-Geist, der niemals in der Gegenwart ankommt, weil er ständig in die Zukunft späht und dem Verlangen nachhängt. Der Wenn-Dann-Geist treibt uns durch die Welt, lässt uns nicht zur Ruhe kommen, wir brauchen immerzu stärkere Reize. Es gibt keinen Moment des Innehaltens, kein Aufatmen, kein Ausruhen. Wir sind im Machen müssen und im Tun gefangen. Wir konsumieren ständig und grenzenlos bis hin zur Sucht. Wir werden kaufsüchtig, esssüchtig, alkoholsüchtig. Unsere Gesellschaft ist beherrscht vom Geist des Begehrens. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist auf der Lust am Angenehmen aufgebaut und reizt das Verlangen immer weiter aus. Es wird sogar in den Nachrichten gemeldet, wenn der Lotto-Checkpot besonders voll ist. Werbung suggeriert uns, wenn du das Produkt kaufst, bist du glücklich. Wenn du die Zigarette rauchst, bist du frei. Wenn du dieses Auto fährst, wirst du bewundert. Der Wert einer Person scheint abhängig von dem, was sie sich aneignen kann und wie sie sich darstellt. Wir brennen vor Verlangen, jemand zu sein und wir brauchen Eigentum, um zu beweisen, wer wir sind. Dauernd werden neue Produkte entwickelt, die das Haben-Wollen noch verstärken. Doch gibt uns Konsumlust die Befriedigung, die scheinbar versprochen wird? Werden wir glücklich mit dem, was wir uns kaufen? Nur äußerst selten können wir mit Geld erwerben, was das Herz befriedigt und uns wirklich schützt. Wie viele Menschen leben todunglücklich in Traumhäusern? Wie viele finden trotz aller finanziellen Mittel keine innere Ruhe? Im Rahmen eines weltweiten Forschungsprojekts stellte sich heraus, dass in einem der ärmsten Länder, in Bangladesch, die meisten Menschen sich selbst für glücklich halten. Dagegen tauchte Deutschland eher am Ende der Skala des persönlichen Glücksempfindens auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017